E-Wolf, ein Spiel, das den Hypetrain ordentlich angeschubst hatte, Hoffnungen in der Competitive-Szene weckte und schneller versunken ist, als man schauen konnte. Der asymmetrische Shooter, den vielleicht viele von euch da draußen auch mitbekommen haben, ist wieder zurück. Dieser Shooter, auf welcher auf der einen Seite Jäger gegen ein Monster antreten müssen, hatte er damals nicht wirklich eine leichte Zeit. Am Anfang wurde das Ganze gehypt bis zum Umfahren, neues Spielkonzept, coole Sache und viele Leute haben schon gesagt, das wird das nächste Ding im Competitive-Bereich. Aber das Teil ist dann sehr, sehr, sehr schnell von der Bildfläche wieder verschwunden und hatte dann zum Schluss gerade mal nur Online-Werte von 50 bis 200 Leuten, die gleichzeitig online waren. Und es war fast unmöglich, ein Spiel zu finden, wo man mitmachen konnte, weil einfach keine Spiele am Start waren. Turtle Rock und 2K, die hinter der ganzen Geschichte standen, haben sich jetzt aber dazu entschlossen, das Ganze neu aufzuziehen, denn sie wollten ihren Schützling nicht wirklich untergehen sehen. Und das äußert sich jetzt mit einem Free-to-Play-Modell. Das bedeutet, ihr könnt ab sofort Evolve Stage 2, wie sie sich momentan nennt, im Steam-Shop runterladen und das Ganze jetzt kostenlos. Aber vielleicht für die da draußen, die noch gar nicht wissen, was Evolve ist, kurz zur Erklärung des Spielprinzips. Der asymmetrische Shooter funktioniert folgendermaßen. Ihr habt auf der einen Seite vier Spieler, die in die Rolle der Jäger schlüpfen. Diese Jäger sind Charaktere unterschiedlicher Fähigkeiten. So habt ihr zum Beispiel einen Supporter, der euch mit Schildern belegen kann. Einen Heiler, der euch natürlich heilt. Einen sogenannten Trapper, der mithilfe eines KI-gesteuerten Monsters, wie zum Beispiel einer hundeartigen Kreatur oder einer Art, naja, Greifvogel, nenne ich es mal, versuchen muss, das Monster aufzuspüren. Auf der anderen Seite habt ihr noch einen Assault, der, naja, mehr oder weniger für den Schaden zuständig ist. Diese vier Spieler treten an gegen einen anderen Spieler und der schlüpft in die Rolle des Monsters. Dieser muss dabei versuchen, den Jägern so gut es geht zu entkommen und dabei die Umgebung mit zu benutzen. Das bedeutet, sich zu verstecken und vor allem auch Tiere zu fressen. Denn dadurch kann er sich in jeweiligen Abständen entwickeln. Deswegen auch Evolve. Mit jeder Entwicklungsstufe des Monsters wird er natürlich stärker, kann seine Skillpunkte, die sowohl jetzt die Jäger als auch eben das Monster besitzen, aufpushen, verstärken, um einfach gegen die vier Gegner bestehen zu können. Grundsätzlich ist das Ziel für das Monster, alle vier Jäger auszuschalten oder nach Ablauf eines Zeitfensters einen Generator befindlich auf der Map zu zerstören und damit die Runde zu gewinnen. Die Jäger auf der anderen Seite müssen natürlich versuchen, das Monster down zu kriegen mit jeglichen Mitteln, eben auch Skills, die sie jetzt am Start haben und gerade in der Free-to-Play-Version jetzt das Ganze ein bisschen anders geordnet ist. So hat nämlich jeder Jäger jetzt die Möglichkeit, in verschiedenen Skillstufen seine Fähigkeiten auszuwählen, freizuschalten und diese dann auch zu nutzen. So kann es also sein, dass gleiche Charaktere, die in eurem Team sind, aber unterschiedliche Skillsets haben und andere Fähigkeiten mitbringen, um das Spiel eben zu ergänzen oder ja vielleicht auch nicht zu ergänzen. Das Ganze funktioniert jetzt im Free-to-Play-Modell mit einer Ingame-Währung und bevor viele Leute da draußen schreien, muss jedoch gesagt werden, dass es bisher keinen Echtgeld-Shop gibt. Also das ist auf jeden Fall eine mutige Aktion von den Entwicklern dahinter. Sie haben momentan nicht vor, einen Echtgeld-Shop zu implementieren, von daher bedeutet es, dass ihr rein durch das Spielen, durch das Leveln, durch das Aktivsein im Game Punkte sammelt, mit denen ihr dann Sachen wie neue Jäger, die es jetzt gibt, neue Monster, Skins sowohl für Monster als auch für Jäger oder eben auch Fähigkeiten, also Skills bei den jeweiligen Charakteren, freischalten und dann auch nutzen könnt. Diese Umstellung von Free-to-Play hat es geschafft, dass es in der letzten Zeit von 50 bis 200 aktiven Spielern auf knapp 25.000 aktive Spieler wieder angestiegen ist und das Game wieder so ein bisschen ins Rampenlicht reingekommen ist und da wieder einen Hype mitgenommen hat. Ich persönlich finde es eine coole Idee, dass sie diese Umstellung getätigt haben, denn auch ich habe mir damals die Wolf geholt und war schon ein Stück weit gehypt und fand das Konzept an sich ganz gut. Man hat jedoch gemerkt, nach knapp einer Woche, dass es relativ eintönig war und nicht wirklich die Hoffnung war, die viele da draußen hatten. Jetzt mit dem Umstieg auf Free-to-Play gibt es einfach mehr an Leuten die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren. Und auch die Neuerungen in dem Game finde ich persönlich wirklich gelungen, denn so hat man einfach auch den Anreiz, das Spiel längerfristig zu spielen, um einfach alle Möglichkeiten, die das Game hat, sei es im Rahmen von Skills oder anderen Charakteren, Skins und sonstiges, auch rauszuschöpfen und sich da einfach ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Von daher kann ich euch da draußen nur empfehlen, euch mal Evolve anzuschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Game hat knapp 20 GB, ist eben auf Steam verfügbar, ihr müsst jedoch nach Evolve, Leerzeichen, Stage 2 suchen. Wenn ihr nur nach Evolve sucht, findet ihr das Ganze nicht, aber zieht euch das Teil mal runter, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir vorstellen kann, auch das ein oder andere Mal im Stream zu spielen und natürlich euch da draußen auch mit einzubeziehen, denn es ist eben ein Teamspiel. Und was ihr von Evolve haltet, falls ihr es schon gespielt habt, sei es jetzt die erste Version, sag ich mal, oder jetzt die Free-to-Play-Version, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr ihm jetzt noch eine Chance gebt oder auch eine gewisse Zukunft seht. Ja und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über euren Daumen nach oben und über euer Abo hier auf dem Kanal, damit ihr zukünftig keine Videos verpasst. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bald euer Ziel immer am Auge, wir sehen uns im nächsten Video, euer Lost. Bis zum nächsten Mal.